Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge CyberPort Unboxing. Für diese Ausgabe haben wir uns das BlackBerry Motion geschnappt. Im Lieferumfang sind das Smartphone, ein SIM-Karten-Tool, ein Netzteil mit USB-Typ-C-Kabel, ein In-Ear-Headset mit verschiedenen Ohrsteckern sowie ein Quick-Start-Heft enthalten. Das BlackBerry wirkt wegen seiner eckigen Kanten auf den ersten Blick etwas wuchtiger als so manches Konkurrenzprodukt. Dennoch sieht es durch den Metallrahmen und die Soft-Touch-Rückseite in Carbon-Optik sehr schick und wertig aus. Der Bildschirm ist 5,5 Zoll groß und löst mit 1920 x 1080 Pixeln auf. Über dem Display sehen wir den Lautsprecher zusammen mit der 8 Megapixel-Frontkamera unterhalb den Homebutton inklusive Fingerabdrucksensor. Auf der rechten Seite sind Lautstärkewippe und Powerbutton verbaut. Der geriffelte Knopf darunter kann manuell mit einer bestimmten Funktion belegt werden. Gegenüberliegend ist der Einschub für die SIM- und Micro-SD-Karte zu finden. Die Unterseite des Smartphones bietet uns einen Lautsprecher, den USB-Typ-C-Anschluss, ein Mikrofon sowie die Audiobuchse. Gegenüber haben wir noch ein zweites Mikro. Wie üblich wurde die Hauptkamera mit einer 12 Megapixel-Auflösung samt LED-Blitzlicht auf der Rückseite verbaut. Damit ist unser Unboxing auch schon wieder vorbei. Ausführliche Informationen zum BlackBerry Motion gibt's im Testbericht. Ausführliche Informationen zum xemien. Die Kl Justice sind die Kliskt sẽ am Jeżeli retailers, der der Technik war, die速 workload ges stringent, habeanki aus dem Spendky, Vielen Dank.